Ja, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Let's Play Minecraft. So, wir sind hier wieder in unserer Let's Play Welt. Und, ja, ich weiß nicht. Es ist gerade Nacht. Gehen wir da jetzt wieder auf Monsterjagd oder... Ah, hier sind wir zwei Hühner. Nee, nee, ihr dürft nicht raus. Ja, wir haben ein drittes Huhn. Und ich weiß auch jetzt... Moment, hier, Weizenkörper. Dann können wir die mal schnell hier... Oh, zack. Dann haben wir gleich noch ein viertes. Genau. Und so bauen wir unsere, ja, kleine Hühnerfarben immer mehr auf. Hoffe ich zumindest. Und, ja, wir werden dann schauen, was draus wird. Oder eben was passiert. Wenn nichts draus wird, dann, ja, haben wir eben Pech gehabt, würde ich mal sagen. Ja, so, wir gehen jetzt erstmal schlafen. Und am nächsten Tag werden wir sehen, wir haben keine... Äh... Ja, wir haben keine Axt mehr. Die tun wir uns zwar schnell... Eisen... Ja, wir nehmen wir hier. So. Tun wir uns schon mal schnell kraften. So. Zack, zack. Gut, haben wir jetzt wieder... ...eine Axt. Und... Schlagen wir jetzt mal weiter Bäume ab, hier. Es ist jetzt ein bisschen... Ja, langweilig. Vielleicht tue ich das auch ein bisschen rausschneiden. Ich weiß es nicht. Na gut. Ja. So, dann... Zack, zack, zack. Zack. Und das ist auch weg. So, den großen Baum lasse ich mal. Zack. Und hier. Zack, zack. So. Genau. Hier noch. Zack, zack. Und das. Genau. Jetzt haben wir es. Juhu, wir kriegen noch Äpfel. Und... Ja. Dann müssen wir eben hier die Birken noch nicht wegmachen. Obwohl ich ja Birkenholz nicht so mag. Und das Akazienholz zum Beispiel, das ist mir auch zu grau. Also das passt natürlich auch nicht so. Und dann bleibt ja nur solches üblich. Oder so das ganz schwarze Holz. Das ist aber auch nicht so mein Fall. Und deswegen... Ja. Dann eher solches Eichenholz. So. Haben wir das alles abgeknopst schon hier. Äh... Ja. Was noch? Machen wir den Baum noch weg. Und... Oh, ein Schwein. Jetzt nicht mehr. So. Machen wir den Baum noch weg. Später wird es dann eine richtig große Fläche. Ich weiß zwar noch nicht, was ich damit machen soll, aber... Müssen wir dann erst mal schauen. Ich tue jetzt nur mal so drauf los. Hatten. Und... Ja. Mal sehen, ob es dann was wird. Ich weiß es ja nicht. So, hier noch. Oh, ein Hund. So. Ist das auch weg. Und... Das wird erst mal reichen. Hoffe ich. Erstmal die ganzen Setzlinge hier einsammeln. Hier noch. Und so. Genau. Dann Setzlinge hier rein. So, jetzt ist die Truhe voll. Apfel behalte ich jetzt mal. Wirkenholz ist auch. So. Ein Huhn muss hier gebraten werden. Jetzt haben wir wieder ein Ei. Vielleicht kommt da noch ein Huhn raus. Denke ich aber nicht. Ne. So. Nein, 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 nein. Was? Hä? Ich habe doch den Erdblock gesetzt. Nein. Was? Ich komme jetzt hier runter. Du. Komm. Ach, nein. Ja. Toll. Jetzt müssen wir schnell Weizenkörner holen. Und schauen, dass wir die jetzt wieder irgendwie hier rein kriegen. Ach, nee. Komm. Komm hier rein. So. Hier. Komm, Hühnchen. Hallo. Ey. Ach, nein. Nein, 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 nein. Die Tür lassen wir hier zu. So, dann. Dann, äh, Nina. Kommt. Alle hier rein. Na, komm. Hier auch. Wo? Äh. Ich habe Weizenkörner. Hier, ich habe Weizenkörner. Oh. Hallo. Das scheint die nicht so richtig zu interessieren. So, na gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 到 zweis. Ich habe mich, wirklich zu是不是. Ich habe hier. Ja.